Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen. Wir sehen, dass da noch sehr viele Leute drankommen. Lassen Sie uns bitte noch eine Minute abwarten und wir fangen gleich mit unserem Webinar an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Eva Pavlak und ich bin bei der Firma Kermos für den Vertrieb und Business Development für den deutschsprachigen Raum zuständig. Ich freue mich heute hier die Rolle der Moderatorin zu übernehmen. Zuerst ein paar Hinweise zu sehen. Wir sehen, dass wir hier in der Videobeschreibung unserer Webinar-Software. Die Präsentationen, die Präsentationen, die Präsentationen, die Aufzeichnungen sowie die Antworten auf all Ihre Fragen werden Sie in kommenden Tagen über einen Link per E-Mail erhalten. Kurz zum Ablauf. Zum Beispiel. Und zum Schluss wird Amazon seine Neus. Und zum Schluss wird Amazon seine neuesten Lösungen für gewerbekälter mit niedrigem GWP A2L-Kältemittel präsentieren. Lassen Sie uns dann anfangen. Als erster wird mein Kollege Hans-Dieter Küper, Techniker und Marketing Specialist, ein Vortrag zum Thema ökonomische und ökologische Effizienz als Auswahlkriterien für Kältemittel und Anlagekonzepte halten. Ich wünsche allen ein interessantes Webinar. Ja, Eva, vielen Dank. Eva, könntest du bitte bestätigen, dass mein Bild schon zu sehen ist? Ja, den kann ich sehen. Ja, alles passt. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung, Eva. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Webinar zu A2L Kältemitteln. Mein Name ist Hans-Dieter Küpper und ich möchte Ihnen die ökonomischen und ökologischen Effizienz als Auswahlkriterien für Kältemittel und Anlagenkonzepte vorstellen. Zur Struktur des Vortrages. Ich möchte kurz Sie noch mal belästigen mit der F-Gase-Verordnung. Dann zum eigentlichen Herzstück des Vortrages überschränken, einer Marktstudie im Bereich der gewerblichen Technik. Dann eine kurze Übersicht noch geben zu den verfügbaren Optionen Kältemitteln und letztendlich das Ganze zusammenfassen. Zum aktuellen Stand der F-Gase-Verordnung ist Ihnen sicher diese Treppenstufe bekannt. Es wird über die Jahre aufgetragen, ein mittlerer GWP-Wert, der aufgrund der GWP-Mengenreduzierung verfügbar ist, beziehungsweise der als maximaler mittlerer durchschnittlicher GWP-Wert über alle Kältemittel und alle Verbrauchstellen hinweg erlaubt ist. Und wir sehen, dass einige Kältemittel eingetragen sind in schwarz, die reale GWP-Werte darstellen. Und wir sehen im oberen Bereich, dass verschiedene Kältemittel bereits über den Durchschnittswerten liegen im Jahr 2040. Aber auch, dass es durchaus Optionen Kältemittel gibt, am rechten unteren Bildrand, die mit ihren realen GWP-Werten unter den im Jahr 2035 maximal per Kigali-Amandement erlaubten mittleren GWP-Werten liegen. Das bedeutet, es gibt Lösungen, langfristige Lösungen, die auch über das Jahr 2035 hinaus erlaubt sind und uns erlauben, unter den mittleren GWP-Werten, die laut Gesetzen erlaubt sind, diese einzusetzen und sogar noch weit darunter zu liegen. In welchem Umfeld bewegen wir uns insgesamt? Wir sind im Klimawandel, wir reden von Energiebedarf, wir reden von Treibhausgasen. Hier ist ein Artikel aus dem Handelsblatt, steigender Energiebedarf, Deutschland droht einer Ökostromlücke. Wir wissen, dass viele Energieverbraucher auf elektrische Energie umsteigen. Es wird ein erhöhter Bedarf bestehen, aufgrund dieser Verschiebung von fossilen Brennstoffen hin zu elektrischen Energie. Es wird auch aufgrund der Klimaverschiebung, Sie sehen im rechten Ohrenbild, die mittlere Anzahl der Tage in Deutschland, die über 30 Grad Celsius gelegen haben, angefangen von zwei Tagen in 1950 bis hin zu zehn Tagen in 2020. Also eine Verfünffachung der Dauer der hohen Temperaturen, womit dann auch entsprechend ein Klimatisierungsbedarf entstehen wird oder steigen wird, mit 3,4 Prozent pro Jahr angegeben, was eine Verdreifachung des Energiebedarfs für Klimaanlagen bis 2050 hochrechnen lässt. Der Lösungsansatz zu all diesen Problemen steigender Energiebedarf und kann nur sein, dass wir die Energieeffizienz verbessern. Das heißt, mit dem Energieeinsatz einfach mehr Nutzenergie schaffen und unsere Systeme effizienter machen. Und das sollten wir im Hinterkopf verhalten, wenn wir neue Systeme auslegen. Und das ist eben Startpunkt auch unserer Überlegungen hier. Und somit kommen wir zu dieser Marktstudie in der gewerblichen Kältetechnik, die gewisse Grundentscheidungen abverlangt hat. Ja, schwierige Entscheidungen voraus. Zum Ersten die Kosten, die Anlagenkosten, Capital Expense, CapEx, sowie die 10-Jahre-Lebenszykluskosten. Oftmals werden 15-Jahre-Lebenszykluskosten gerechnet, aber hier ist man von 10-Jahre-Lebenszykluskosten ausgegangen. Dann das Thema Energieeffizienz als Schlüssel zur Lösung des, oder Teilschlüssel zur Lösung der Energieprobleme. Damit die Betriebskosten und die indirekten Emissionen, sowie die Nachhaltigkeit, startend mit der Gesetzeskonformität und Reduzierung der gesamten Emissionen. All das ist das Spannungsumfeld, in dem wir uns verwegen und aus dem die Fragen herrühren. Wer hat diese Studie durchgeführt? Das war das Unternehmen Wheatlands Air Valley Engineering Limited, kurz WAVE. Ein britisches, unabhängiges und unparteiisches Engineering-Büro, das mit verschiedenen hier genannten oder gezeigten Firmen kooperiert und für diese arbeitet. Ursprünglich ausgelöst von der Firma Asta, eine Supermarktkette, die zum amerikanischen Walmart-Konzern gehört. Weil Asta war auf der Suche nach einer neuen, zukünftigen Kältetechnik-Lösung und hat die Firma WAVE beauftragt, bestimmte Technologien zu untersuchen und zu vergleichen, um für sich selber herauszufinden, was ist die beste Lösung, welchen Weg sollte man gehen. Davon hat Kimmors Kenntnis erhalten und hat diese Studie erweitert um weitere Technologien, hat also einen Teil dieser, eine Erweiterung dieser Studie angestoßen und unterstützt. Somit sind insgesamt sieben Technologien untersucht worden. Als Referenz gilt eine Niedrig-GWP, eine 1500-GWP, HFO-A1-Lösung. Das ist das Kältemittel R449A, also nicht in der Vergangenheit gestartet mit 404A, sondern war es mit dem Ersatzkältemittel R449A. Dann steckerfertige Geräte, basierend auf Propan als Kältemittel. Einmal wassergekühlt steckerfertig und einmal luftgekühlt steckerfertig. Wassergekühlte sogenannte Waterloop-Systeme. Sekundärkreislauf-Systeme, wiederum Propan mit Glykol als Sekundärkreislauf, 134A mit CO2, subkritisch als Umlauf-Sekundär-Systeme. Niedrig-GWP-HFO-Systeme, das sind XL20, XL40, PUDON-ETR-Nummern, R454C und R454A, HFO-A2L-Systeme, sowie direkte CO2-transkritische Booster-Systeme, FGB-Flash-Gas-Bypass als einfachste Lösung. Dann hat sich aber auch weitere höherwertige, effizientere CO2-Systeme angeschaut. Welchen Umfang hat die Studie gehabt? Man hat sich verschiedene Standorte und auch Ladengrößen angeschaut. Einmal ein 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche Markt, 60 kW Normalkühlung und 30 kW Tiefkühlung, sowie einen kleinen Supermarkt mit 300 Quadratmeter Verkaufsfläche, 40 kW Normal- und 8 kW Tiefkühlung, sowie an verschiedenen Standorten, bei moderatem Klima in Leicester, Großbritannien, sowie im heißen Klima in Sevilla, sowie dann auch noch an einem dritten Standort in Helsinki. Hier leider nicht dargestellt, aber es wird nachher in einem Teil sichtbar gemacht werden. Man hat diese Klimadaten hinterlegt und für diese drei Standorte durchgerechnet und die verschiedenen Technologien verglichen. Da die Vortragszeit heute ein bisschen kürzer ist, verzichten wir auf die Ergebnisse für den kleinen Supermarkt, sondern fokussieren uns hier nur auf die Standardsupermarktgröße mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dann sind wir auch gleich bei den Ergebnissen. Die Kostenbetrachtung, über 10 Jahre Lebenszykluskosten für den Standard-Supermarkt 2000 Quadratmeter. In dunkelblau aufgetragen sind die 10 Jahre Lebenszykluskosten. Dunkelblau die CAPEX, also Anlageninstallationskosten. In hellblau, Streifen in der Mitte, Maintenance, Wartungs- und Instandhaltungskosten. Und in mittelblau, der größere Teil der Balken, der Energieaufwand oder die Energiekosten durch den Betrieb der Anlage über 10 Jahre. Links ist das Bild dargestellt für Lista, also gemäßigtes Klima. Rechts für Sevilla, Südspanien für das heiße europäische Klima. Wir sehen in beiden Fällen links mit niedrigsten Kosten über die 10 Jahre hinweg. Option XP40, also R449A. Nochmal als Referenz dazu genommen, 404A, etwas teurer. Und gleich danach erscheinen die XL-Produkte, die HFO-A2L-Lösungen. Mit deutlichen Vorsprung oder Abstand gegenüber den weiteren Technologien. Startend mit den Waterloop-Systemen, dann Propan, Glykol, transkritisch CO2, 134A, kaskadiert. Beziehungsweise dann die Luftgekühlten, steckerfertigen Geräte als teuerste Lösung insgesamt über die Lebensdauer. Fast das gleiche Bild auf der rechten Seite für das warme Klima. Nur die Reihenfolge der verschiedenen Technologien ist dort unterschiedlich. Wollen wir uns das Ganze in Zahlen anschauen. Ich gehe gleich zur letzten Zeile. Die Option XL-Kältemittel sind im 10-Jahres-Lebenszyklus in kostenmäßig 16 bis 22 Prozent niedriger als transkritische CO2 oder steckerfertige, passagekühlte Systeme. Bei einer Genauigkeit von etwa 5 Prozent dieser Studie, das WAVE belegt hat, anhand von Referenzmessungen, kann man also sicher davon ausgehen, wenn hier Differenzen von 16 bis 20, über 20 Prozent errechnet und ermittelt wurden, dass da noch Fleisch am Knochen ist, dass wir also hier nicht im Bereich einer Schätzung liegen, sondern durchaus diese Unterschiede realistisch sind. Und auch mit der Ungenauigkeit an der Studie durchaus, wenn auch die Aussage kräftig bleibt. In Betrachtung der Emissionen, Umweltbetrachtung, auch für den großen Supermarkt, links wieder Lester, rechts Ziviler, Spanien, haben wir die 10 Jahre totalen Emissionen in Tonnen CO2-Aquivalent aufgetragen. In hellblau die direkten Emissionen, in dunkelblau die indirekten Emissionen. Wir sehen also hier ganz links die XL-Produkte mit den geringsten Gesamtemissionen über 10 Jahre. Da sehen wir die schmalen, hellblauen Abschnitte, die den GWP des Kältemittels widerspiegeln und die direkten Emissionen darstellen. Der größere Anteil auch hier, wie bei den Kosten, ergibt sich aus den indirekten Emissionen. Das heißt, die Emissionen erzeugt durch die Energieerzeugung, die für den Betrieb der Anlage notwendig ist. Bei Propan und CO2 haben wir dann nur die indirekten Emissionen durch die Energieerzeugung. Wir sehen den deutlichen Unterschied mit 404a nochmal als Referenz, wo der hohe GWP-Wert durchaus den größten Emissionen ausgemacht hat. Also die direkten Emissionen und der Energiebedarf dort über 10 Jahre den geringeren Anteil ausgemacht hat. Sprich, wir sind mit diesen Very Low GWP oder sehr niedrig GWP Kältemitteln in einem Bereich, wo die direkten Emissionen hinter den Anteil der indirekten über den Energiebedarf der Anlage zurücktreten. Und ja, obwohl nicht natürlich, liegen hier die Gesamtemissionen deutlich unter denen der sämtlichen Wettbewerbsprodukte. Das gleiche gilt für den Standort Spanien. Hier sind die Stufen ein bisschen kleiner, aber ich bitte hier zu beachten, dass die Skala hier rechts unterschiedlich ist, gegenüber links. Insgesamt ist das qualitativ das Bild gleich. Wie am besten abschneiden, tun wir wieder die XL-Produkte. Und ja, in Zahlen, wenn wir uns das auch gerade anschauen, hier haben die XL-Produkte 20 mit 29 Prozent niedrigere Emissionen als transkritische CO2-Anlagen oder steckerfertige, wassergekühlte, die eigentlich den Mainstream von den Technologien her darstellen. Wir haben uns auch, oder ja, man hat sich angeschaut, Wave hat sich angeschaut, CO2-Reduzierungskosten der CO2-Technologien. Und zwar hat man ins Verhältnis gesetzt, die Kosten, die Mehrkosten der neuen Technologie gegenüber Referenz 404a und das bezogen auf die Gesamtemissionen, die man gehabt hätte mit einer 404a-Anlage abzüglich der Lösung mit der neuen Technologie, also die Reduzierung in den Emissionen und hat damit quasi einen CO2-relativen Reduzierungskosten ermittelt. Das Ganze hat man gemacht für den Standort Sevilla in Spanien, für Leicester UK, für Helsinki, Finnland, also heißes, mittleres und kaltes Klima für die verschiedenen Technologien, Flashgas Bypass, Flashgas Bypass mit internem Wärmebausher, FGB plus IAX, Parallelkompression, sowie Parallelkompression und Ejektor. Und somit hat sich für jeden Standort eine optimale Technologie ergeben, die eben hier im Beispiel von Sevilla Parallelkompression plus Ejektor ist. Also der höchste Aufwand Parallelkompression in Leicester und mit internen Nahmetauscher für Helsinki, Finnland. Und diese jeweils optimale CO2-Technologie hat man dann im Vergleich zu der jeweiligen XL-Produkte, also A2L-Lösung. Das ist nun hier dargestellt. Linker Hand ist dargestellt die 10-Jahres-Gesamt-Emission und rechts die 10-Jahres-Lebenszyklus-Kosten. Wir sehen, wieder dargestellt, für die verschiedenen Klima-Standorte Sevilla, Spanien. Dort schneiden also die XL-Produkte wieder deutlich günstiger ab in den Emissionen gegenüber den jeweils besten CO2-Technologien. Das gleiche gilt für die Lebenszyklus-Kosten im jeweiligen Standort gegenüber der lokal-optimalen Technologie. Ergebnis, die gesamten Emissionen liegen bis zu 20% niedriger in Sevilla, bis zu 18% in Leicester und immer noch bis zu 12% in Helsinki. Die Kosten in Sevilla um 18% niedriger, in Leicester 14% und in Helsinki immer noch 9%. Also hier sprechen wir von dem Vergleich der jeweils wirklich optimalen Technologie. Nun, was heißt das im Schluss? Wir erreichen die gleiche Kühlleistung. Wir haben bessere Energieeffizienz. Wir erreichen begrenzte Ausfallzeiten bei bekannten Technologien. Wir haben optimierte Gesamtkosten, einfache Installation und Wartung und darüber hinaus geriziert die gesamte CO2-Emission um bis zu 20% bei niedrigsten Lebenszyklus-Kosten der alternativen Technologien. Warum würden Sie etwas sagen? Gut, es ist nicht alles Theorie. Bereits im Jahr 2017 wurde in der Firma Parcake eine XL40-Anlage. Die Firma Initiator dieser Initiative hat im Oktober 2019 ihren ersten Supermarkt mit XL20 in Betrieb genommen. Desgleichen mit XL20 bei der Firma Coop operativ, ebenfalls im Oktober 2019 und seit September 2019 in Frankreich. TechnoFront hat dort ein Kühllager in Kombination auch mit Wärmerückgewinnung, deshalb zwei verschiedene Kältemittel, XL20 und XL10, also R2, YF, eingesetzt. Die Anlagen sind realisiert, das ist Realität. Die Ketten haben sich entsprechend informiert und festgestellt, sie haben die Technologie, die optimale für sich damit gefunden und sich dafür entschieden. Kurzer Überblick noch zu den Optionen XP und XL Kältemittel. Die Option XP Kältemittel sind die A1 Kältemittel im Bereich von 500 bis 1900 GWP und erreichen eine GWP-Reduzierung von, sagen wir, 150-60 Prozent, während die XL-Kältemittel sind A2L klassifizierte Kältemittel. Wir sehen, die sind deutlich unter 1000 bis runter zu 1 im GWP und erreichen über 60 bis 99 Prozent Reduzierung des GWP, jeweils gerechnet gegenüber den zu ersetzenden Kältemitteln. Zusammenfassung, energieeffiziente Lösungen sind gefordert als Konsequenz der EUF-Gasverordnung. Niedrigste CO2-Emissionen und kumulierte Lebenszugskosten mit Optionen XL Kältemitteln in der Gewerbe Kältemittel werden erreicht. Die Differenzierung zwischen brennbaren und hochbrennbaren Kältemitteln habe ich hier zwar nicht ausgeführt, aber ist auch ein Hinweis, sollte man durchaus mal drauf schauen, weil da gibt es sehr wohl Unterschiede, die dann auch in Kosten und Aufwand und Umgang mit den Kältemitteln sich niederschlagen. Also auch hier ein A2L-Vorteil gegenüber A3. Eine sehr kosteneffiziente Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Vergleich zur optimalen CO2-Technologie. 70 Prozent geringere Kosten in Helsinki bis größer 100 Prozent geringere Kosten in Sevilla. Komponenten sind bereits auf dem Markt verfügbar. Ihr habt gezeigt, es sind Anlagen umgesetzt und in Betrieb. Alternative Lösungen aus der Option Kältemittelfamilie sind im kompetenten Einsatz, wie gezeigt. Ja, ich darf Sie auffordern, handeln Sie jetzt, sprechen Sie uns an, sprechen Sie unsere Partner an, kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, wir unterstützen gerne. Damit bin ich am Ende meines Vortrages und danke für Ihr Interesse und darf damit zurückgeben an meine Kollegin. Vielen Dank. Vielen Dank, Hans-Dieter, für einen sehr interessanten Vortrag. Noch ganz kurz zur Erinnerung, bitte schreiben Sie alle Ihre Fragen in den Chat. Ich sehe, ein paar Fragen sind bereits gekommen. Die werden wir zum Schluss der Veranstaltung gemeinsam antworten. Jetzt folgt der Vortrag zum Thema Kältemittelprogramm, Vertriebspartner und Serviceleistungen der Westfalen-Gruppe, präsentiert durch Marius Appenzeller, Market Manager Kälte-Klima. Vielen Dank, Frau Pavlak. Ich hoffe, Sie können meinen Desktop sehen. Können Sie das kurz bestätigen? Ja, wir können es sehen. Dankeschön. Von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Appenzeller. Ich habe Ihnen ein kleines Foto zur Verfügung gestellt, damit man auch zur Stimme ein Bild hat. Das ist bei Webinaren ja leider nicht immer ganz gegeben. Ich bin seit April letzten Jahres der strategische Marktmanager für Kältemittel bei der Westfalen-AG und damit unter anderem verantwortlich für die Marktentführung und Implementierung neuer Produkte. Mein Vortrag wird im Wesentlichen die folgenden fünf Themenbereiche abdecken. Einsteigen werde ich mit einer kurzen Vorstellung der Westfalen-AG, in welchen Bereichen und in welchen Ländern wir tätig sind. Hierbei wird von der europäischen Brille ausgehend aber ein Fokus auf den Kernmarkt Deutschland gelegt. Anschließend stelle ich das Produktsortiment im Bereich Kältemittel und auch unsere damit verbundene Philosophie vor. In der Darstellung des Sortiments versuchen wir auch eine Idee zu geben, in welchen Bereichen wir glauben, dass die neuen Kältemittel Anwendungen finden können. Um genau dies an einem praktischen Beispiel zu zeigen, werde ich anschließend auf eine Case Study eingehen, die eine Anwendung des Produktiv 54c im Bereich einer Großküche zeigt. Abschließend möchte ich mit einer Vorstellung der Initiative Kulet Kiv. Ich zeige beispielhaft, welche von der Initiative entwickelten Maßnahmen oder Lösungsvorschläge für den Markt entwickelt wurden. Die Westfalen-AG wurde 1923 in Münster gegründet und ist inzwischen neben dem Kernmarkt Deutschland in sieben weiteren Ländern tätig. Das Unternehmen ist dabei in drei Divisions aufgeteilt. Neben der Energieversorgung betreibt die Westfalen-AG das größte privat geführte Tankstellennetz Deutschlands. Und der dritte große Bereich ist eben der Bereich Gase, wo wir neben Industrie- und Medizingasen auch Spezialgase und die heute thematisierten Kältemittel bündeln. Kann ich kurz eingehen, möchte ich auf die Key-Facts der Westfalen-AG. Vielleicht da ein kurzer Hinweis auf die Investitionen, die halt auch eben im Bereich Kältemittel in die Zukunft des Bereichs getätigt werden. Und da vorbereitet zu sein auf die brennbaren Kältemittel, die wir immer mehr im Markt sehen werden. Wie schon leicht angedeutet, die Westfalen-AG ist nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern praktisch in ganz Mitteleuropa mit eigenen Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Werken. Praktisch ganz Europa können wir im Direktvertrieb beliefern. Dabei ist unsere größte Stärke die Logistik. Mit 14 Logistikzentren und über 230 Flaschen LKW können wir ein hohes Maß an Flexibilität und Geschwindigkeit anbieten. Und sind dabei aber mit 480 Vertriebspartnern europaweit auch vor Ort für unsere Kunden da. Das Untergebrochen auf Deutschland zeigt, dass wir mit ca. 300 Vertriebspartnern im Kerngebiet eine sehr engmaschige Vertriebsstruktur haben. Und schnell und flexibel reagieren können, was halt auch eben für die Implementierung der heute angesprochenen A2L-Kältemittel überaus wichtig sein wird aus unserer Sicht. Die Philosophie, die Westfalen im Bereich Kältemittel vertritt, ist die des Vollversorgers. Neben halt Kältemittel, als ich, liefern wir auch die technischen Gase oder Wärmeträger für beispielsweise Sekundärsysteme oder auch im Trockeneis zur Zwischenkühlung von Ware. Wir bieten darüber hinaus die Aufarbeitung für unsere Kunden an und im Worst-Case, falls nötig, auch die Entsorgung. Wir wollen der Vollanbieter für den Kälteklima-Fachbetrieb sein. Aber was ist der Grund, was beschäftigt uns aktuell als Kältemüferer? Das sind die Herausforderungen. Im Wesentlichen, wenn man mal so leicht die Brille zurücknimmt, und Herr Kübra hat es ja gerade auch schon mit dem Face-Down angesprochen, haben wir in den letzten zwei Jahren illegale Einfuhren in der EU gesehen, die auch weiterhin Anwendung finden. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es gesehen in der aktuellen Cooling-Post wieder ein Bericht über illegale Mengen. Und die haben natürlich einen erheblichen Effekt auf den Face-Down. Gleichzeitig sehen wir aber auch positive Effekte in mehr Investitionen mit Anlagen mit natürlichen Kältemitteln oder Low-GWP-Kältemitteln, was dem Sinn des Face-Downs entspricht. Die vorgeschriebenen Dichtheitskontrollen zeigen auch bessere Wirkungen unserer Meinung nach. Und all dies hat dazu geführt, dass wir eine höhere Verfügbarkeit und niedrigere Preise als noch vor wenigen Jahren im Bereich der klassischen Kältemittel sehen. Die Frage, die man sich da durchaus stellen könnte, ist, warum soll denn überhaupt umgestiegen werden auf ein A2L oder ein A3 oder ein B2L-Kältemittel im Fall von Ammoniak? Wir glauben, dass es ein kurzzeitiger Effekt ist, der mit der Zeit verpuffen wird, weil 2021 wird der nächste Schritt im Face-Down passieren. Und wenn man sich die Income-Quoten anguckt, hier habe ich die Daten vom Carsten Schwennesen herangezogen, die er in der KK-Januar-Ausgabe 2019 veröffentlicht hatte. Wenn man sich die Income-Quoten anguckt, werden sie effektiv eben nicht auf 45 Prozent, sondern auf 28 Prozent sinken. Das heißt, die klassischen Kältemittel-Importeure und Hersteller, die das Kältemittel auf den europäischen Markt platzieren, sind berastisch betroffen im kommenden Jahr. Und wir glauben, dass eine Versorgungssicherheit mit klassischen Kältemitteln nicht unbedingt garantiert werden könnte. Das ist viel Spekulation und es gibt viele Faktoren, die dazu beizählen. Das ist uns auch bewusst, aber wir haben auch das Jahr 2017, 2018 erlebt mit dem ganzen Hin und Her und müssen einfach auch diese Option betrachten, dass es da wieder zu Problemen kommen könnte, die keiner von uns möchte. Am Ende des Tages ist die Lösung, dass wir einen niedrigeren Durchschnitts-GWP in unseren Anlagen verwenden. Und desto niedriger der Durchschnitts-GWP, desto höher ist die Versorgungssicherheit. Im Prinzip das, was der Herr Kipper auch in seiner Grafik gezeigt hatte. Dabei ist auch ganz eindeutig, dass, mal abgesehen von CO2, wir an der Brennbarkeit von Produkten eigentlich nicht vorbeikommen und uns dementsprechend zwanghaft mit dem Thema beschäftigen müssen. Wie wirkt sich das auf das Produktportfolio aus? Der Ansatz des Vollversorgers, den ich vorhin beschrieben habe, finden Sie auch hier wieder. Wir haben neben den klassischen Kältemitteln, als frisch oder eben auch als aufgearbeitete Ware, auch die Retrofit-Kältemittel und die heute thematisierten A2L-Kältemittel. Das Beispiel 454C und für die Tiefkühlung und 513A für die Normalkühlung werde ich später nochmal im Rahmen von einer Case Study, die wir begleitet haben, ansprechen. Kohlenwasserstoffe, CO2 als Kältemittel, 744 und Ammoniak runden da unser Vollsortiment ab. Aber das ist uns auch ganz wichtig. Wir als Westfalen AG verstehen uns als technologieneutral. Also da könnte man sich ja die Frage stellen, okay, natürliche Kältemittel haben die geringsten GWP. Warum nicht alles darauf? Wir wissen oder wir glauben, dass wir mit den Kältemitteln nicht alle Anwendungen abgedeckten können. Es bedarf einer Gesamtbetrachtung und nicht nur der eindimensionalen Betrachtung des GWP. Die Gesamtbetrachtung muss die Umweltschädlichkeit, die Energieeffizienz und auch natürlich die Sicherheitsaspekte heranziehen, die vor allem auch für Betreiber sehr, sehr wichtig sind. Das ist der Grund, warum wir als Westfalen AG den Markt unterstützen wollen bei der Implementierung dieser Produkte durch unsere Beratungsdienstleistung. Hier hat beispielsweise stattgefunden im Rahmen einer Case Study. Ein Kunde hatte den Auftrag im Rahmen oder im Bereich einer Großküche, wo es vorher verschiedene TK- und NK-Anlagen mit 404 und 134 A gab, zu ersetzen. Die Lösung gab es für große Diskussionen, was könnte es für Lösungen geben. Die Idee, Kohlenwasserstoffe einzusetzen, wurde dann aufgrund der Zündquellen, die es in einer Großküche ja nun mal zuhauf gibt, verworfen. Am Ende des Tages konnte unser technischer Berater mit dem Kunden dann zusammen eine Testanlage entwickeln, eine Kaskade 454 C für den TK-Bereich und 513 A für den NK, die bei ähnlichen Energieverbrauch eine Reduzierung des direkten Treibhauspotenzials von 53 Prozent zufolge hatte. Die Anlage läuft jetzt circa ein Jahr und ist sozusagen beschwerdefrei. Also haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Eine weitere Maßnahme der Westfalen AG, um diese Herausforderung, die beschriebenen Herausforderungen anzugehen, ist die Gründung unter Federführung von uns des Kulikivs im Rahmen der Geventa 2018 gewesen. Hierbei werden in den drei Experteams die Themen Politik, Betreiber und Planer, sowie Aus- und Fortbildung betrachtet. Das Ziel der Gruppe aus Herstellern, Händlern, Fachbetrieben und Verbänden ist, den Markt bei Herausforderungen der FGAS-Verordnung und anderen Regulativen zu unterstützen. Darunter zählt auch das Thema illegale Mengen, wo schon verschiedenste Gespräche mit der Politik geführt werden konnten und einfach Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema gelenkt werden konnte. Ich würde Ihnen gerne zwei Lösungsansätze vorstellen, die im Rahmen vom Kollektiv erarbeitet wurden. Besonders interessant aus meiner Sicht für den Bereich A2L ist die Checkliste zur Ermittlung für Explosionsgefahren. Für viele unserer Kunden ist der Umgang mit brennbaren Kältemitteln neu. Das merken wir in unseren täglichen Gesprächen mit unseren Vertrieblern und auch mal unseren technischen Beratern. Die damit einhergehenden Gefahrenpotenzialen, wie beispielsweise der Explosionsgefahr, müssen intensiv betrachtet werden, genauestens betrachtet werden. Die Faktoren, beispielsweise die Ausstellungsbedingungen, Zündquellen, zu kleinere Augenvolumina, beziehungsweise zu hohe Füllmengen, je nachdem, wie man es sehen möchte, können dazu führen, dass zusätzliche Sicherheitstechnik und Exception einzurichten sind. Um die Fachbetriebe hierbei zu unterstützen, wurde eben diese Checkliste veröffentlicht im März dieses Jahres. Sie ist als Gedankenschütze zu sehen, dass man wirklich alle Aspekte auch berücksichtigt und Schritt für Schritt durchgehen kann. Ein anderer wesentlicher Faktor für die Implementierung der A2L-Kältemittel stellt die Komponentenverschließbarkeit dar. Da werden wir im Anschluss noch einen Vortrag der Firma Amazon zu hören, die da bestimmt darauf eingehen werden. Hier hat das Kollektiv ein weiteres Hilfstool entwickelt, eine Liste der aktuellen Komponentenfreigaben, die natürlich als lebendes Dokument und ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit zu sehen ist, aber trotzdem den Markt unterstützen soll, um zu zeigen, da sind Komponenten, die sind freigegeben für diese Kältemittel. Und es ist möglich, schon heute, wie Herr Küpper auch gezeigt hat, Anlagen mit den Kältemitteln umzusetzen. Die gezeigten Hilfstools finden Sie auch in der Follow-up-Mail zu diesem Webinar, aber auch auf unserer Westfalen Wissensdatenbank, wo Sie eingeladen sind, mal rumzustöbern. Ich denke, wir haben da viele interessante Tools und Berichte eingestellt, die Sie dabei unterstützen können. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Christine Wacker vorstellen, Kälteexpertin in unserem Vertriebsinnendienst. Falls Sie im Nachgang Fragen an uns haben, wird Sie gerne all Ihre Anmerkungen und Fragen entgegennehmen und zu den richtigen Personen weiterleiten. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Herr Appenzeller, für deinen sehr interessanten Vortrag. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu unserer dritten Präsentation. Mehr zum Thema Produkte und Anwendungen für die Gewerbekälte mit Niedrig-GWP-Kälte mit dem A2L erfahren wir jetzt in dem Vortrag von Herrn Peselmann, Manager Anwendungstechnik bei der Firma Amazon. Ja, guten Tag. Können Sie kurz bestätigen, ob Sie mich hören und den Screen sehen? Ja, das können wir. Alles gut. Wir können Sie hören und auch die Präsentation auf dem Bildschirm sehen. Dankeschön. Prima. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Andreas Peselmann und ich arbeite für die Firma Amazon in der Anwendungstechnik und bin zuständig für die technische Unterstützung von Copeland Scroll-Verdichtern, halbpermetischen Verdichtern und Verflüssigungssätzen und darf Sie in den nächsten Minuten zu dem Thema Produkte und Anwendungen für die Gewerbekälte mit A2L-Kältemitteln begleiten. Zur Vorstellung der Firma Amazon. Die Firma Amazon Commercial & Residential Solutions in Europa ist zuständig für die Kälte- und Klimatechnologie. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören die Gewerbekälte, die Gebäudeklimatisierung und Automatisierung, sowie die Wärmepumpentechnologie. Und zu den bekannten Marken gehören Copeland Scroll, Copeland-hypermetische Verdichter, Verflüssigungssätze, Regler und elektronische Produkte von Dixl, sowie die Komponenten von Alko, wie beispielsweise Expansionsventile, Magnetventile, Schaugläser, Regler, Treiber und so weiter. In dem Geschäftsbereich von Amazon arbeiten etwa 3.100 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale ist in Aachen, in Deutschland. Und es gibt sechs Produktionswerke in Europa, die hauptsächlich für den europäischen Markt fertigen. Amazon unterstützt die Kunden bei der Entscheidungsfindung, um Ziele zu erreichen, Komponenten auszuwählen und Lösungen zu erarbeiten. Und Amazon ist nicht auf bestimmte Kältemittel festgelegt. Zu den langfristigen Lösungen zählen die natürlichen Kältemittel, aber auch die Kältemittel der A2L-Gruppe, dem wir uns jetzt in den nächsten Minuten etwas näher beschäftigen wollen. Die Einsatzmöglichkeiten von A2L-Verdichtern und Komponenten in der Gewerbekälte sind sehr vielfältig. Es gibt Systeme mit einem Verdichter, mit Tandem-Verdichtern, es gibt Verbund- und Kompaktanlagen für verschiedene Kühlraumgrößen oder Ladengrößen, wie beispielsweise kleinere oder mittlere Supermärkte. Es gibt Aggregate für Kühlzellen und Kühlräume, sowie Verflüssigungssätze zur Innenausstellung oder zur Außenausstellung. Um ein Verständnis für die Systemanforderungen mit A2L-Kältemittel zu bekommen, empfiehlt es sich, die Eigenschaften der A2L-Kältemittel etwas genauer anzuschauen. Die Drucklage des Kältemittels ist beispielsweise ein wichtiger Parameter für das generelle Systemverhalten oder die Leistung. Neben der Kälteleistung und Effizienz, die natürlich auch wichtige Vergleichsparameter sind, gibt es aber auch andere Eigenschaften, wie beispielsweise den Massenstrom, den Temperaturgleid und die Druckgastemperatur. Zur Bewertung der Anlagensicherheit kommt bei A2L-Systemen im Vergleich zu den bisherigen Systemen mit A1-Kältemitteln der Aspekt der Brennbarkeit dazu. Für die A2L-Systeme muss eine Risikoabschätzung durchgeführt werden im Zusammenhang mit der Festlegung eines dazugehörigen Sicherheitskonzepts. Der erste Schritt dazu ist die Auswahl der richtigen Sicherheitsnormen. Die EN 378 beispielsweise ist eher als generelle Sicherheitsnorm zu verstehen. Es gibt aber auch produktspezifische Normen, wie beispielsweise EN 60335-289 für Kühlmöbel oder Strich 40 beispielsweise für Wärmepumpen, die für die darunter fallenden Systeme alternativ eingesetzt werden können. Bei den Aspekten zum Umgang mit A2L-Kältemitteln in den Sicherheitsnormen gibt es einen wichtigen Punkt, das ist die maximale Kältemittel-Füllmengen-Berechnung. In der EN 378-1 beispielsweise wird genau festgelegt, wie man die maximalen Füllmengen berechnen kann. Die Berechnung der zulässigen Kältemittel-Füllmenge steht im direkten Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Risikominimierung. Im Prinzip geht es darum, zu vermeiden, dass sich in einem Raum eine Kältemittel-Konzentration aufbaut, die zündfähig ist. Das kann man vermeiden, indem man zum einen entweder die Kältemittel-Menge verringert oder eine besondere Wichtigkeit des Systems herstellt. Andere Maßnahmen zielen eher auf die Zündquellen ab, also beispielsweise die Identifizierung und der Umgang mit Zündquellen. Das Diagramm auf dieser Folie gibt ein Beispiel zur Berechnung der Füllmengen für das Kältemittel-454C, jetzt beispielsweise nach der EN 378-1, für Anlagen, die in öffentlich zugänglichen Räumen aufgestellt sind. Die Berechnung und auch die Darstellung in diesem Diagramm hängen ab einmal von der Raumgröße, der Kältemittel-Konzentration im Raum und der zusätzlich getroffenen Maßnahmen zur Risikominimierung, zum Beispiel durch das Einbauen zusätzlicher Ventilation, Sicherheitsabsperrventile, das Etablieren von Alarmschaltungen und so weiter. Die maximalen Füllmengen dabei für 454C ergeben sich zu 1,7, 11, 36 oder 57 Kilogramm, je nach Ausführung des Systems und nach zusätzlich getroffenen Maßnahmen. Es gibt eine ganze Reihe neuer Verdichterbaureihen für A2L-Anwendungen. Die Scrollverdichterbaureihe YB beispielsweise ist für Normalkühlung konzipiert. Es gibt die Variante YBD mit digitalen Scrollverdichtern zur Leistungsregelung, auch für Normalkühlung. Diese Baureihen wurden für eine ganze Reihe von verschiedenen A2L-Kältemitteln qualifiziert. Der Leistungsbereich liegt etwa zwischen 3 und 13 kW bei Normalkühlbedingungen, das heißt bei minus 10 Verdampfung und 54 Grad Verflüssigung. Es gibt weiteres Scrollverdichterbaureihen, wie beispielsweise die YF-Baureihe für Tiefkühlung oder die YH-Baureihe für Wärmepumpenanwendungen und Klimaanwendungen. Die halbhermetischen Verdichter für Normal- und Tiefkühlung existieren in einem Bereich zwischen etwa 30 bis 70 kW bei Normalkühlbedingungen oder 9 bis 22 kW bei Tiefkühlbedingungen. In der Übersicht auf der rechten Seite sehen Sie die existierenden Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung, die je nach Kühlraumgröße oder Ladengröße in einem Leistungsbereich von etwa 2 kW bis 38 kW existieren. Die ersten Modelle, die jetzt für A- zu L-Kältemittel qualifiziert werden, das sind die ZX-Verflüssigungssätze. Es gibt sechs neue Modelle für Normalkühlung und weitere fünf Modelle mit digitaler Leistungsregelung. Auch wieder in einem Leistungsbereich etwa von 3 bis 13 kW bei Normalkühlbedingungen. Als nächste Baureihe, die für A- zu L-Kältemittel qualifiziert werden, wird es die Baureihe ZX-LY geben für Tiefkühlung. Bei der Qualifizierung für A- zu L-Kältemittel hat man verschiedene Designänderungen eingeführt. Beispielsweise werden neue Mini-Channel-Verflüssiger eingebaut, die eine Einsparung der Füllmenge von etwa 50 % erlauben. Von Alko gibt es eine Reihe weiterer Komponenten, die für A- zu L-Kältemittel qualifiziert wurden, wie beispielsweise thermostatische Expansionsventile, elektronische Expansionsventile, Regler, Magnetventile, Druckschalter, Schaugläser, Bildertrockner und so weiter. Eine gute Übersicht über die verfügbaren Baureihen und über die technischen Daten bekommen Sie in der Amazon-Auslegungssoftware Navigator für Alko-Produkte und Select-Software für Copeland-Produkte. Beide Programme sind über die Amazon-Webpage climate.amazon.com einsehbar und downloadbar. In der Auslegungssoftware haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die Leistungsdaten zu berechnen, sondern Sie finden dort auch eine Menge technische Details oder können Datenblätter ausdrucken. Zum Abschluss der Präsentation wollen wir Ihnen noch ein Beispiel zeigen eines Felsversuchs mit A- zu L-Kältemitteln, das zu einem Supermarkt in England durchgeführt wurde. Wir haben das als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Firmen wahrgenommen. Hier ging es um eine Anlage zur Normalkühlung mit einer Kälteleistung von etwa 40 kW und zum Einsatz kamen vier Scroll-Verdichter mit aktivem Ölmanagement. Das Kältemittel, das hier bei dieser Anlage zum Einsatz kam, das war das Kältemittel 454 A. Damit ist die Präsentation beendet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Petelmann, für die sehr interessante Präsentation. Wir wechseln jetzt hier zu unserer Fragestunde beziehungsweise wir haben zehn Minuten übrig für die Fragen, die inzwischen auch angekommen sind. Und die erste Frage, die wir hier haben, ist, wie hoch ist der durchschnittliche GWP des 2019 verkauften Kältemittelmixes? Ich würde mal vorschlagen, dass vielleicht der Herr Abenteller von der Firma Westfalen auch die Frage antworten könnte. Ja, sehr gerne. Ehrlich, die Antwort kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, aber zu hoch. Was wir 2019 gesehen haben, ist ganz klar, dass der Trend wieder dazu gegen das klassische Kältemittel aufgrund der relativ niedrigen Preise und der hohen Verfügbarkeit vermehrt gekauft wurden. Dadurch kann es einfach nur, wenn man diese Durchschnitts-GWPs, die mal betrachtet wurden, heranzieht, kann es nur sein, dass der Durchschnitts-GWP der verkauften Menge 2019 zu hoch ist. Und ich denke, dass das auch repräsentativ ist für den ganzen Markt. Also diese Tendenzen hat eigentlich jeder gespürt und gesehen im letzten Jahr, dass da sehr, sehr viel der klassischen Kältemittel bezogen wurde mit einem hohen GWP. Vielen Dank. Noch eine kurze Anmerkung an alle Teilnehmer. Sie können Ihre Fragen dann in den Chat schreiben. Falls wir jetzt heute nicht dazu kommen sollten, Ihnen auch die Fragen Antwort zu geben, das alles wird zusammengefasst und einen Link mit den Antworten zu den Fragen werden Sie dann in den kommenden Tagen per E-Mail erhalten. Wir haben dann die nächste Frage. Welche sind die wichtigsten Punkte, die bei einem Vergleich von A2L-Kältemitteln mit anderen Kältemitteln zu berücksichtigen sind? Hier ist Andreas Peselmann. Vielleicht passt das ganz gut. Also bei dem Vergleich der Kältemittel, ich habe das in der kurzen Präsentation auch schon gezeigt, da gibt es natürlich die individuellen Eigenschaften der Kältemittel, die man sich genau anguckt. Also die Drucklage, Kälteleistung und so weiter. Das ist natürlich klar. Generell ist es so, dass der GWP-Wert natürlich so niedrig wie möglich sein sollte und die Effizienz der Anlage so hoch wie möglich. Das wären so die ersten wichtigsten Punkte. Man könnte sich auch noch den CO2-Fußabdruck angucken, also die indirekte und die direkte Beiträge zum Treibhauseffekt, also den CW-Wert. Ja und vielleicht könnte man in Bezug auf A2L-Systeme noch einen Punkt nennen, der vielleicht auch als Vorteil für A2L-Kältemittel gereicht. Das ist, viele Anlagenbauer legen sehr viel Wert auf die Beherrschbarkeit der Technik, auf Komplexität, also weniger Komplexität der Anlage und da ist es tatsächlich so, dass die A2L-Systeme sehr nah an den technischen Eigenschaften, an dem Aufbau und der Funktion der A1-Kälte mitliegen. Das wäre vielleicht auch noch so einer der großen Vorteile von A2L. Vielen Dank für die Antwort. Die nächste Frage lautet, wurde die direkte Emission aus den erlaubten Leckraten ermittelt? Das ist die Frage an meinen Kollegen Hans-Dieter Küper, weil das resultiert aus der Präsentation, die wir geteilt haben. Hans-Dieter, möchtest du gerne auf die Frage antwort geben? Ja, selbstverständlich gerne. Ja, die direkten Emissionen sind aus den erlaubten Leckraten ermittelt und die Leckraten, die angenommen wurden in der Studie, waren 5% für die synthetischen Kältemittel. Aber selbst bei höheren Leckageraten, selbst bis zu 15%, ergibt sich immer noch ein Vorteil der XL-Produkte gegenüber den anderen Technologien von über 10%. Ich würde aber auch gerne vielleicht noch eine Ergänzung geben zu der Frage, wie hoch ist der mittlere GWP-Wert der verkauften Kältemittel in 2019? Da ist ein wesentlicher Aspekt bisher heute noch nicht angesprochen worden, das sind die illegalen Kältemittel, die importiert werden und die nicht in den Co. da sind. Die machen natürlich das Bestreben der F-Gas-Verordnung quasi zunichte und als Anhaltspunkt kann man sich da merken, die Menge illegales Kältemittel multipliziert mit dem GWP ergibt in etwa in etwa gleiche Menge wie das was illegal gehandelt wurde. Also dieser illegale Import ist ein erheblicher Schaden für die Umwelt, macht die Preise kaputt, damit erzeugt sie natürlich einen wirtschaftlichen Schaden und passaut damit erheblich den Umwelteinfluss. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich würde mal sagen, vielleicht die letzte Frage, weil wir fast am Ende unserer Zeit angekommen sind. Können bestehende Anlagen mit 404a oder 449a auf A2L Kältemittel umgestellt werden, wenn ordnungsgemäß gearbeitet und evakuiert wurde? Ja, hier ist Andreas Peselmann. Ich denke mal, dass das auch ganz gut auf den Themenbereich abzielt, über den wir gesprochen haben, können bestehende Anlagen umgestellt werden? Theoretisch ja, aber man muss sich natürlich immer angucken, ob die Anlage konzeptionell für A2L überhaupt zugelassen und geeignet ist. Wir haben über maximale Füllmengen gesprochen, wir haben über Risikoanalysen gesprochen, wir haben über die verschiedenen Maßnahmen gesprochen, die man treffen muss, um die Anlage sicher zu machen. Und das ist die große Frage, ob das zu dem Zeitpunkt, als die Anlage für ein A1 Kältemittel konzipiert wurde, ob man darauf geachtet hat. Da muss man schon mal ein großes Fragezeichen setzen. Der zweite Aspekt ist, die Verdichter selber sollten für den Betrieb mit A2L auch geeignet sein, also Stichwort interne Schmierung und so weiter. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den zumindest die vollhermetischen Verdichter betrifft. Die unterliegen nämlich der PED, der Druckgeräte Richtlinie. Die Verdichter, die für ein A1 Kältemittel konzipiert, produziert und abgenommen wurden, können später nicht für eine höhere Drucklage eingesetzt werden. Und in dem Moment, in dem man ein A2L Kältemittel einfüllt, ist das eine andere Fluidgruppe und deswegen berechnet sich da eine andere PED-Gruppe und das ist einfach legal nicht möglich. Das heißt also, die Antwort kann man zumindest sagen, für das Käufer, die ich da in bestehenden Anlagen, das ist nicht gestattet, die auf A2L Kältemittel umzurüsten. Vielen Dank. Danke für die Antwort. Wir haben da noch ein paar Fragen, da kommen vielleicht wirklich dann die letzte. Wohin geht der Trend beim Kältemittel bei Luft, Wasser und Sohle, Wasser, Wärmepumpen? Wer möchte die Antwort geben? Vielleicht mein Kollege Hans-Dieter Küper. Ja, lieber, danke, übernehme mich gerne. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Trends, wie in allen Anwendungsbereichen und vielleicht ist das auch der rechte Punkt, mal zu sagen, dass es wahrscheinlich in Zukunft nicht die Lösung für alle Anwendungen gibt, sondern verschiedene Lösungen für verschiedene Anwendungen und jeweils eine optimale Lösung. Bei Wärmepumpen versucht man es genauso wie in der kommerziellen Kälte so lange wie möglich mit dem bestehenden und bewährten zu fahren. Gewisse Bestrebungen gehen natürlich in Richtung Propan, aber da sind aufgrund der Brennbarkeit und der räumlichen Beschränkungen Grenzen gesetzt. Es gibt einen Trend in Richtung A2L Geldemittel. Ein namhafter Hersteller hat sich dazu bekannt und bringt auch im nächsten Monat seine ersten Produkte auf den Markt, Nämlich XL-Produkten XL20 also 454C Es gibt mit Sicherheit Untersuchungen vielleicht als mittelfristige Lösung R32 dass man sich also bestehende Lösungen wiederum aus dem Air-Conditioning Bereich zunutze macht und die optimiert in den Anwendungsbereich der Wärmepumpen hinein aber langfristig werden A2L Kältemittel sicher eingesetzt werden weil sie auch wie im kommerziellen Kältebereich effizient sind wir wissen dass es dort Untersuchungen gibt also es sind es sind nicht nur ein zwei sondern es sind viele damit beschäftigt sich die Dinge anzuschauen und zu untersuchen also A2L Kältemittel sind mit Sicherheit ein wesentlicher Trend insbesondere wenn es innen aufgestellte oder Spätanlagen geht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit wir hoffen dass die Inhalte für Sie interessant waren und bei allen weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an ich wünsche allen einen schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal